Marie Leuenberger wurde als Tochter eines Schweizers und einer Deutschen in Berlin geboren und besitzt beide Staatsangehörigkeiten. Dafür wundert es nicht, dass sie zwischen Deutschland und der Schweiz immer wieder hin und her wechselte. Denn nach der Anfangszeit in Berlin ging Leuenberger nach Basel, wo sie aufwuchs und später auch am jungen Theater Basel erste Schauspielerfahrungen sammelte. Für eine fundierte Schauspielausbildung wechselte sie dann wieder nach Deutschland. Genauer gesagt an die Otto-Falkenberg-Schule in München, welche sie 2002 abschloss. Es folgten mehrere Engagements am Bayerischen Staatsschauspiel München, am Staatstheater Stuttgart und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Leuenberger ist in mehreren Filmen jährlich zu sehen, unter anderem in Dreiviertelmond, Wer es glaubt, wird selig, Schwestern, im Drama Helle Nächte und zuletzt in Die Donau ist tief, ein Krimi aus Passau. Leuenberger lebt in Berlin und hat zwei Kinder. Ihren Sohn brachte sie am 21. Juli 2012 zur Welt. Die Rolle der Mutter erfüllte sie sehr, wie sie in einem Statement gegenüber Glanz und Gloria zu verstehen gibt. Er ist wunderbar, schwärmte sie wenige Monate nach seiner Geburt. Und es ist großartig, er ist mein Herz. Inzwischen hat die Schauspielerin auch eine zwei Jahre jüngere Tochter. Über ihren Beziehungsstatus ist nichts bekannt. Schon bei der Geburt ihres Sohnes hat sie den Namen des Vaters geheim gehalten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020